Ihr steht gerade in der alten Residenz bzw. dem schmierigen, schlammigen Garten. Das, was noch davon übrig geblieben ist, blickt die Zeltreihen entlang, da wo Amelia Groterian gerade rauf und runter geht und verabschiedet euch jetzt, um in die verschiedenen Himmelsrichtungen aufzubrechen. Wir beginnen bei Abelmir. Ich würde zuerst zu Leonardo gehen. Das ist gar nicht so weit weg. Genau, der sitzt hier. Wir müssen uns angucken, was er da macht überhaupt erstmal. Ja, du siehst wohl, wie er mit einer Eisenpfeile jetzt aus dem Tor etwas herausgefeilt hat, mit Holz etwas Kleines dazu gefeilt hat. Und das wird wohl sowas wie eine kleine Taschenuhr aus Holz. Und ist aber jetzt wohl gerade dabei, einen kleinen Vogel oder sowas reinzuschnitzen, den er da wohl mit Springfedern reinsetzen will. Das ist unglaublich filigran. Und ja, du siehst auch wohl, wie seine Hände ein bisschen zittern. Das liegt gar nicht so sehr daran, dass er generell ein zittriger Mensch ist, sondern dass er aufgeregt wirkt oder so etwas. Zumindest siehst du dann auch die Freude, während er da gerade schnitzt und auch gar keine Augen für dich hat. Eureka. Meister Leonardo. Ja, er schaut gar nicht auf, sondern schnitzt weiter. Kommt. Wohin? Ihr müsst schlafen. Schlafen? Aber diese Uhr ist noch nicht fertig. Das hat Zeit bis morgen. Kommt einfach mit. Also gut, dann... Aber ich nehme Sie mit. Gerne. Und ich würde Ihnen begleiten zum Pendekom-Tempel, um da hoffentlich ein Dach über dem Kopf zu haben und... Vielleicht einen etwas wärmeren Ort zu finden. Mit einem Herdfeuer vielleicht. Ja, dann kannst du gemeinsam mit Leonardo in Richtung Süden gehen. Einfach nur im Pendekom-Tempel und dich da dann hinlegen oder noch etwas anderes? Ja, ich würde die noch unterwegs ansprechen. Wir sollten uns überlegen, wie wir diesen Schutz von diesen Strafen bekommen. Möglichst schnell... Habt ihr da vielleicht eine Idee? Eine... In Yoel-Gurmak sind damals auch oft Häuser eingestürzt oder... Nun, um die Trümmer beiseite zu schaffen, haben wir meistens so etwas wie ein Darii benutzt oder ein Jigris-Lakurai oder so etwas. Und ich dachte mir an einer mechanischen Konstruktion vielleicht. Mit einer... Ich weiß nicht... Mit einem großen metallischen Gerät, was diesen Schutt wegschiebt, anhebt. Definitiv. Mago-Mechanisch wäre da sicherlich auch noch einiges zu tun. Beherrscht dir denn die Beschwörungsform eines Agribalim? Nun, ich würde eine elementare Beschwörung bevorzugen. Eine Anrufung. Das würde natürlich auch funktionieren. Die Mago-Mechanik ist natürlich herausragend. Wir können natürlich etwas konstruieren, was über ein paar Springräder funktioniert, ein paar Zahnräder, die dann ineinander greifen. Wir brauchen immer etwas zum Befeuern. Ich habe es natürlich in der Vergangenheit auch mit so etwas wie einem Reservekanister probiert. Aber die sind dann doch sehr schnell zur Neige gegangen. Gerade wenn man so etwas Großes wie... Seht euch diese Trümmer an. Wir müssen auch darauf aufpassen, dass sich dann diese Unmetalle nicht in die profanen Metalle hineinschneiden. Wie wäre es mit einem... Eine Reihe von Netzen, die unterschiedlich dicht geknüpft sind. So eine Art Schüttelsieb. Man schüttelt die Trümmer von oben herein und je nachdem, welches Netz erreicht, werden diese Teile von einer Sortie tortiert. Ja, Korngröße könnte man sagen. Das können wir natürlich tun, aber die Netze dürfen nicht aus einfachen Seilen sein, sonst werden sie zerschnitten. Oder die kleineren Teile fallen nicht mehr hindurch, wenn die größeren bereits auf dem Netz liegen. Das heißt, es muss auf alle Fälle Metall erscheinen. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Wucherwurzeln, die mechanische Maschine, wenn sie dann rüttelt, das können wir auf alle Fälle tun. Ich glaube, mich zu erinnern, ich war einmal in Kornschoben. Da sage ich, wie man Taue flechtet, könnte man das auch mit Drähten machen, wenn man diese Drähte gegeneinander verdrillt, so wie ein dünnes Seil zu einem großen Reb geknüpft wird. So etwas Profanes wie Fischerei, sowas hatten wir natürlich auch damals in Hawene, aber selbst der Uesli-See, da hat man nichts mehr rausgezogen. Wir haben damals versucht, so etwas wie ein Unterseeboot zu bauen, abgeschlossen mit einer Luftkammer. Wir waren noch dabei, als Galauta dann Kulakai herausriss. Aber wenn man diese Seile, wie auch die Metallseile, diese Seile müsste eine sehr viel größere Reißfestigkeit haben als ein normales Seil, vermute ich mal. Ja, 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 schon. Aber das klingt mir alles zu sehr profan. Das soll doch ein gewöhnlicher Handwerker tun. Das, was wirklich den Kopf und den Geist fordert, ist doch die Mechanik dahinter. Oder was bringt das Ganze zum Schütteln? Was bringt die ganze Maschine zum Antrieb? Und benutzen wir Feuer oder etwas anderes? Wo binden wir dann diese Geister hinein oder diese Elementare? Welche Metalle eignen sich gut und welche eignen sich nicht gut? Haben wir einige Kristalle oder Diamanten zur Verfügung, einige Rubine? Ja, und so könnt ihr dann durch die Straßen marschieren, über Schutt- und Aschebergetrümmer klettern. Und erreicht dann während des Gesprächs irgendwann den Tempel. Ihr könnt euch da dann weitere raffinierte Ideen ausdenken, bis ihr dann komplett übermüdet in den Schlaf fallt. Dieser Runde. Genau, ich hatte mir von Rafim den Beutel mit Prinz, Arm und Herz geben lassen und möchte jetzt Ludov aufsuchen. Ich glaube, Yalan wollte mitkommen. Jo. Ja, dann könnt ihr ihn erkennen. Er steht da wohl gerade zwischen den Zelten und unterhält sich mit zwei, drei anderen Soldaten, die da auch gerade durch einen Durchbruch gekommen sind. Berichten ihm da wohl gerade von einer Passage, die jetzt wohl zum Schlossviertel geschlagen ist. Und die bestätigen wohl gerade, dass der Rondra-Tempel voller Leichnis, die da jetzt mittlerweile nach aufgebahrt werden. Und Bruder Stygomor ist tatsächlich dort. Er dreht sich dann zu euch um und betrachtet erst euch und seinen Blick wandert dann in Richtung des Beutels, der auch mittlerweile durchgeblutet ist und rote Flüssigkeit, die da runter tropft. Es riecht nach metallischem Eisen. Oh, ja, hochwohlgeboren. Habt ihr wohl einen kurzen Moment für uns? Du meinst den Marschall? Ja? Äh, ja. Nicht so förmlich. Vielleicht könnten wir uns etwas abseits hinstellen, dass es nicht jeder gleich sieht. Ja, selbstverständlich. Gut, dann Tyria, Piranian, danke. Abtreten. Kümmert euch um die Bedürfnisse. Gerade das Schlossviertel muss wieder aufgebaut werden. Bis nachher. Ja, wenn dann alle abgezogen sind, ähm, öffne ich den Beutel und zeige den Inhalt Luda. Gott. Wir waren innerhalb der fliegenden Festung und sahen dies aufgebaut. Wir dachten, ihr seid die Person, die es am ehesten erhalten sollte. Er fängt an zu zittern, nimmt ihr dann den Beutel ab, trachtet den Beutel, dich, Jalon, den Beutel. Ist das das, was ich denke, dass es ist? Ja. Der Beschriftung nach, ja. Der Beschriftung? Was bei den Niederhöhlen habt ihr da drin gefunden? Beschriftung nach. Es war eine Art Museum mit allerlei unheiligen Artefakten und, äh, Trophäen, so wie dieser hier. Er lässt sich auf so eine Bank nieder, die dann noch auf Stein steht. Er rohs. Die Asche, die raufliegt, scheint ihn nicht zu kümmern. Er setzt sich einfach hin und fängt weiter an zu zittern. Ein Museum? So könnte man es nennen. Wir wollten die Überreste nicht einfach so dort lassen. Andere Dinge haben einen höheren Gefahrenwert. Deswegen müssen wir nochmal zurückkehren, aber wir wollten diese Sachen nicht zurücklassen. Ich danke euch. Brauche ein paar Minuten. Brin, vergib mir. Lasst mich allein. Natürlich. Wenn wir dann einige außer Hörbreite sind. Nun, das lief etwa so gut wie erwartbar. Ich denke auch. Vielleicht sollten wir einen von den Arbeitern heranwinken und Ludolf etwas zu trinken lassen bringen. Irgendwas Starkes. Wenn noch etwas Starkes zu finden ist, ja, natürlich. Gut, was wollten wir noch machen? Das Reichssiegel. Das Siegel und die Schatzkammer, schätze ich. Und was auch immer wir noch bergen können. Es wird sicherlich eine große Menge an wichtigen Unterlagen geben, die beschüttet sind. Und die hoffentlich nicht alle zerstört sind. Ich glaube, dort vorne wird etwas... Sind Leute am Räumen. Wir sollten die mal fragen, was alles noch heile geblieben ist und wo man vielleicht durch könnte. Ja, warum eigentlich nicht? Hey, ihr da! Ja, mein Herr! Oh, Herr Warnstrahler. Frau Magierin. Frau Magierin. Wart ihr in der Residenz? Wie sieht das aus? Kann man sich bewegen? Ja, wir haben einige Trümmer weggeräumt. Man kann jetzt zumindest nach oben und auch wieder nach unten. Etwas von Wert oder so haben wir noch nicht. Also, wir haben nichts eingesteckt, wenn ihr das meint. Natürlich nicht. Das habt ihr gut gemacht. Und die seltsamen Statuen, haben die sich bewegt? Nein, meine Dame. Frau, Frau, gelehrte Dame. Die haben sich nicht bewegt. Sollten sie. Nein. Also, wenn sie sich bewegen, müsst ihr unbedingt Bescheid sagen. Okay. Also, wir haben gezählt. Ich glaube, es waren fünf Stück, oder? Ja, ja, genau. Fünf. Aber die haben sich nicht bewegt. Zumindest nicht bei den Aufräumarbeiten. Das ist gut. Nun, wir müssen einmal hindurch. Wo, sagtet ihr, ist der Einstieg? Dort vorne? Ja, ja, ja. Hier könnt ihr durch und dann müsstet ihr unter diesem Balken, den wollten wir noch wegschauen, den müsstet ihr nochmal durchtauchen. Dann könntet ihr nach oben und nach unten. Das Gebäude sollte einigermaßen halten. Gut. Dann sehen wir, ob wir uns in die Kanzlei durchschlagen können. Gut. Dann gebt mir doch mal bitte eine Staatskunstprobe. Wieder einmal, um euch zu orientieren in der alten Residenz. Ah, das Schöne ist, ich bin mittlerweile um zwei Punkte entdeckt. Ja. Da Staatskunst ein Miracle-Plus-Talent ist. Ja. Könntest du die gerne nehmen. Das sieht gut aus. Ihr wisst, was ihr tut. Wir müssten hier und dann... Ist Chiara mitgegangen? Ja, ich bleib bei dir mal. Okay. Ich denke, der Thronsaal ist da hinten. Dann müssten wir eigentlich hier hoch. Sehe ich auch so. Sicher? Ziemlich. Ja, wir waren doch schon mal hier. Also zumindest diese Treppenstufen erkenne ich wieder. Also gut. Gut. Gut, dann könnt ihr die Treppen nach oben steigen und erreicht dann, ja, den Raum der Kanzlei. Große, viele verschiedene Schreibtische, die hier stehen, durchwürt die so ein bisschen. Natürlich ist da noch viel kaputt gegangen und könnt dann ein Siegelring aus Arcanium und Zwergensilber finden, der den Greifen des Reiches zeigt. Umgeben von Mardermal und Sternen. Ich fühle mich an, wie prächtig hier glänzt. Kein bisschen Ruß dran. Hm, magisches Metall. Wir können von Glück reden. Nicht irgendein Plünderer zuerst dran gekommen ist. Nun ja, hier sind ja immer noch die ganzen Arbeiter. Wieserons Magiekunde, du weißt, eine magische Analyse, die du theoretisch durchführen könntest, aber das ist wohl gelehrt, auch in der Schwed und Stab. Das Siegel ist von starker Magie, gildenmagischen Ursprungs durchgewirkt mit den Bereichen Hellsicht und Verständigung. Die magischen Metalle sind also durchaus nötig. Willst du es das dafür suchen? In der Tat. Das wird uns die Sache sehr viel leichter machen, denke ich, wenn wir mit dem Rest des Reiches umgehen müssen. Sehr gut. Ich würde sagen, ja, dann ihr nehmt ihn an euch. In der Tat. Bis vielleicht der Reich Siegel bewahrer, den wir nicht aufgefunden werden oder seinen neuen Kaiser gibt. Wenn wir darauf Acht geben. Wir sollten auch schauen, ob wir weitere wichtige Unterlagen hier finden können. Und dann natürlich die Schatzkammer suchen. Natürlich. Und ja, dann bitte achtet darauf, dass ihr ihn nicht mehr gibt. Ich wäre dazu verpflichtet, ihn nach Hause zu schenken. Nein, seid ehrlich. Frage, was gefällt dies? Ja, dann stecke ich ihn gut weg, da Ocarina noch nicht drankommt. Und ich durchwühle derweil, was auch immer ich für Pergament oder Papierstapel finden kann. Ja, okay. Dann können wir uns gleich mal sowas wie eine Zufallstapelle ansehen, was dann noch so an interessanten Möglichkeiten zu finden wäre. Da gibt es Tabellen für? Klar, da gibt es für alles Tabellen. Ikiaras ist da immer. Ja, ich würde ganz gerne durch die Stadt ziehen und gucken, ob er irgendwelche Leute findet, die predigen. Und zwar möglicherweise vielleicht noch mehr Leute, die diese komische Art zu predigen drauf haben, wie die Frau, die wir davor erwischt haben. Man wird vor allem immer auch seine Suche zuerst einmal in der Nähe rund um den Goldschmiedladen ein wenig oder den zerstörten Goldschmiedladen sozusagen ein wenig fokussieren. Dass man sich von da aus dann kreisförmig ausbreitet und sucht. Gut, dann gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Kommt Raffin mit? Er wollte zum Chortempel. Ich muss zum Chortempel. Gut, dann bist du alleine, ne? Ja, genau. Ich bin ganz alleine. Ich kann dir gerade mal sagen, wo der Goldschmied ist. Moment. Das Zunfthaus der Goldschmiede. Hier. Du suchst nach, oder du fragst dich bei denjenigen, die aufräumen, fragst dich ein bisschen dann durch. Und dir wird dann gesagt, dass es tatsächlich eben zumindest früher dort nördlich vom Arenaviertel, vom Immeranstadion, so etwas wie ein Goldschmied gegeben haben soll. Muss. Ja, ungefähr reicht er erstmal, um sich sozusagen die Umgebung anzuschauen und vor allen Dingen sozusagen dann nach Leuten ausschauen zu haben, die irgendwie hier predigen wollen. Ja, da wirst du finden, mittlerweile, du kannst dich am Zwölfgötterplatz ein bisschen orientieren. Wie gesagt, der ist eingesackt. Dort gab es ja mal in der Mitte einen, ja sowas wie ein Brunnen. Da hattest du dann ja auch Kampf gegen die Illusionen damals, als Galotta noch lebte. Vor über einem Jahr war das mittlerweile. Die Zwölfgötterstatuen sind allesamt eingesunken, kaputt gegangen, mit Ausnahme von Firon. Und du siehst auch hier einen Prediger. Du wirst aber auch an, wenn du in das Schlossviertel nach Süden gehst, zum Bricklo-Platz, dort wo die Rondra, der Rondra-Tempel der Sankt Adare zu finden ist, auch dort wirst du einen Prediger finden. Ich laufe mir dann einfach mal so dem ersten Prediger oben am Götzölfgötterplatz einfach mal so zehn Minütchen, gebe ich dem und höre dem mal genau zu, was er so erzählt. Bei ihm geht es wohl um, ich muss gerade mal schauen, wir haben den heiligen Emmeran, der Falkner und der Vetter von Raoul. Raoul von Garret, der eigentlich wohl Tulamide war und gar kein Mittelreicher, das Mittelreich existierte ja wohl damals gar nicht, sondern ein Raoul al-Ajjan. Und dementsprechend ist Emmeran auch selbst kein, naja gut, wenn das ein Vetter ist, dann kann es eigentlich gar kein Mittelreicher gewesen sein, sondern auch Emmeran war selbst Tulamide. Emmeran hieß eigentlich Emmeran ibn Mahut. Also der predigt jetzt über den heiligen Raoul oder den heiligen Emmeran? Er predigt über den heiligen Emmeran und redet auch über Raoul von Garret beziehungsweise Raoul al-Ajjan, der dann auf Geheiß von Emmeran ibn Mahut dann den Kampf aufnahm, den Kampf gegen Hilahoras und gemeinsam mit den Göttern, mit Prayos, Ingerim, Rondra und Effat, die Dämonenkaiserin stürzte und daraufhin das Mittelreich gründete, Garret. Die Stadt Garret wurde in den Jahrhunderten, in den Jahrtausenden mehrere Male niedergerissen und jedes Mal stand sie wieder auf, größer und prächtiger und güldener. Und das letzte Mal passierte dies unter Raoul von Garret. Er steht dabei, wie gesagt, unter der Statue von Firon, diejenige, die er als letztes überlebt hat. Er hat da eine Kulteprobe. Du kennst dich mit dem Jagd- und dem Eis-Gott gar nicht so sehr aus. Da müsstest du nochmal nachhaken, aber sah Firon wirklich so aus? Hm. Da solltest du vielleicht nochmal deine Mithelden fragen. Zumindest gibt es hier einen, ja, einen sehr bärtigen Gott in Jagdkleidung. Hartkleidung, das auf alle Fälle. Links ein Bogen, rechts ein Stein an der Falke. Aber ob das die Gesichtszüge von Firon selbst sind? Immer wird einfach mal auf die Statue einfach mal einen Odem. Schaut mal nach, ob da Magie ist, wo wahrscheinlich keine sein sollte. Ja, die Statue selber ist nicht magisch. Du darfst aber trotzdem nochmal eine Sinneschärfe zusätzlich würfeln auf Sicht. Hier fällt nämlich zum einen etwas auf. Maximal erschwerendes 13 Punkte, das ist gut. Hier fällt auf, dass einer seiner Finger, die ausgestreckt sind, weisen wohl in Richtung des Nordosttores, beziehungsweise des Nordostens. Hm. Blickst dich ja mal um. Da, wo der Steinfalke drauf sitzt, auf dem Arm. Er zeigt wohl in Richtung der Priesterkaiserlichen Nochalexerkrale. Gehst ein bisschen um die Statue herum, ignorierst so ein bisschen den Prediger, den Redner. Da blinkt doch irgendwas Gülden. Die Gürtelschnalle. Bei wem? Bei den Predigern? Nee, bei der Statue. Die Statue selbst besteht eigentlich aus komplettem Stein. Aber wenn du dann so ein bisschen mit dem Licht spielst und rumgehst, kannst du sehen, dass sie wohl nur angemalt ist, grau. Die Lichtschnalle ansonsten, oder die Gürtelschnalle, sonst wäre Gülden. Ah, das ist gut. Das hält man sich auch für die Nacht. Denn Nacht wird er bestimmt hier nicht predigen. Dann geht man jetzt zu Frieden und, dass man sich die Stadt noch mal nachts anschauen will, in die Wolfsklause, um zu besprechen, dass jetzt hier vielleicht ein paar Leute vom Werhammer Tor aus zumindest den Weg bis, mindestens zur Priester-Noralexerkrale sozusagen fokussieren sollen beim Aufräumen. Und man wird sicher versuchen, ein paar Stunden hinzulegen, um noch was zu schlafen. Wenn du im Schlossviertel noch gesehen hattest, am Bricklo-Platz, genau neben dem Rondra-Tempel, der Sankt Adare, das ist der Rondra-Geweihte, der in dem Rat der Helden, kurz vor der Schlacht an den Wolken, mit dabei war. Derjenige, dem Arm und Beine fehlten, er sagte zumindest, dass ihm die Ogre ausgerissen hätten, abgebissen hätten. Ach, und der predigt hier? Der predigt hier. Ach, dann hört man ihm auch noch mal 10 Minuten aufmerksam zu. Mhm, geht um den heiligen Vitus. Gut, nachdem du den Predigten gelauscht hast und dann in Richtung Norden gehst, ihr deine Torbe ja schnappst, gehen wir einmal in Richtung von Rafim, der jetzt in Richtung des Chortempels unterwegs ist, gemeinsam mit Papier und Stift. Genau, ich würde mich erstmal zum Chortempel wieder durchschlagen, ich nehme mal, das ist relativ unproblematisch. Für dich schon, es ist anstrengend, aber du schaffst es, ja. Und zwar möchte ich dann ein feierliches Schreiben aufsetzen mit Kussliger Zeichen 5, also jetzt vermutlich in Druckschrift und nicht komplizierten Wörtern. Ähm, Söldner, gesucht, komme, alte Residenz, viel Bezahlung. Ja, wirf immer auf Lesen und Schreiben. Tschüss. Kussliger Zeichen. Äh, uff! Uff! Ja, es hat geklappt. Ja, dann schreibe ich noch Rafim da drunter. Ja, genau. Du hast auch irgendwie in solche Verträgen oder Söldnerverträgen, ja, rittest du noch so ein bisschen die Hand auf und tust da deinen blutigen Handabdruck auf das Papier, das muss so. Ja, das sieht doch gut aus. Damit ist das gültig, das ist dein Siegel. Genau. Ja, Anlagen? Und dann, ja, keine Ahnung, ob da noch eine Tür ist, sonst lege ich das unter einen Stein direkt davor, also so ein, wie auch immer. Ja, äh, trittst du gegen so ein Stück Unmetall, kannst du so einen Splitter abnehmen und dann rammst du diesen Splitter in die restliche übrig gebliebene Tür aus Holz und, äh, ja, dann hält das zumindest also als provisorischer Nagel. Finde ich gut, machen wir so. Ja, dann bin ich vermutlich immer noch ziemlich müde und gehe jetzt in Richtung Tempelhöhe zur Halle der Ekstase. Ja, unbeschädigt. Und möchte genau da irgendwo mich hinlegen und schlafen. Gut. Wie oft man auch immer mir anbietet, als Schlafgelegenheit. Mhm, dann darf, äh, ich muss gerade gucken. 4, 5, 4. Ja, dann darf mal irgendwie 20 würfeln. Kommt. 8. Dann kannst du hier finden die Debrex-Krone. Die Krone der Könige von Garethien. Nicht des Kaisers, aber die Könige von Garethien, also das Umland, das unmittelbare Umland von Gareth. Sie spricht das an. Die Krone ist unbeschaudet. Oh, ja, tatsächlich. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Die sollte auch nicht so öffentlich zugänglich sein. Wer weiß, was hier noch für Plünderpack reinkommt. Und hoffentlich niemand, sobald die Residenz und der Vorhof erstmal gesichert sind. Und die größte Gefahr ist gebannt. Nichtsdestotrotz sollten wir sie erst einmal sicherstellen. Aber wo waren wir sie sicher aufbewahren? Erst einmal hier in meinem Gepäck. Dann bringen wir sie. Ich weiß es nicht, uns fällt schon was ein. Vielleicht finden wir hier im Gebäude einen Raum, der gut zu sichern ist. Vielleicht die Schatzkanger. Das ist möglich. Falls es ist wichtig, dass wir etwas haben, dass wir dem jungen Selinian auf den Kopf setzen können, denn ich möchte fast die Rauskrone ist verloren. Andererseits war sie wohl nicht mit den Wilhelm. Also wer weiß. Nun, vielleicht finden sie ja noch. Habt ihr noch irgendwas gefunden? Nun, Trümmer. Ja, Kiaras stand wohl gerade im Raum der Gemächer der Kaiserin von Ema und hatte dann noch irgendwie gesehen, wie eine der Kommoden aufgebrochen ist und unzählige von Unterkleidern und andere Dinge rausgefallen sind. Eine beeindruckende Sammlung. Gut, also ihr wollt nichts davon anziehen. Das ist doch schön weiter im Text. Ja, Iserun kommt gerade aus dem Zimmer von Prinz Storko heraus. Und dann könnt ihr euch gemeinsam durchschlagen in Richtung, ja, ihr geht einfach mal in Richtung des Kerkers oder des Kellers. Seht dann noch, wie die Tür zugeschoben ist, mit dem Schreibtisch davor geworfen, dass da die Zelote nicht rauskommt. Und gegenüber davon könnt ihr so etwas wie eine Folterkammer entdecken, die dann auch einen Fluchttunnel besitzt. Ist also von zwei Seiten zugänglich, aber wenn ihr den Fluchttunnel verschließt, dann könnt ihr die Verbindung dann eben auch nur einseitig zugänglich machen. Und ja, dann hättet ihr da eben so etwas wie eine provisorische Lagerkammer, wo ihr die dann einschließen könntet. Ja, das sieht doch hier gar nicht verkehrt aus. Das hat. Warum können wir hier hoffentlich auch, also da hinten bei der Zelote, hoffentlich noch mehr Leute einsperren? Ich weiß ja nicht. Was wisst ihr nicht? Nun, das ist eine Folterkammer. Mit Hintereingang. Den hoffentlich niemand kennt. Eher im Ausgangspunkt, mein echtes Hintereingang. Vielleicht könnten wir einfach mal durch den Gang gehen und schauen, wo es überhaupt rausgeht. Und vielleicht ist er ja ohnehin verschüttet. Nun, mit ganz Garret, die allesamt dabei sind, durch Geröll hindurchzugraben, denke ich, das ist nur eine Frage der Zeit, bis jemand den Gang findet. Dann müssen wir ihn so oder so von hinten zusperren. Gehen wir einfach mal hindurch. Ich bin mir sicher, er führt... ...der Stadt heraus. Oder in die neue Residenz. Hm. Dann müssten wir sowieso vermeiseln. Mir ist einfach nicht so, weil der Gedanke, dass es eine Folterkammer überhaupt gibt. Nun, das ist die alte Residenz. Hier sind noch einige Überbleibsel aus vergangenen Zeiten offensichtlich. Sicherlich aus der Priesterkaiserzeit. Möge Raya ihren Seelen vergehen. Gehen wir. Ja, wenn ihr... Wollt ihr euch den Fluchtdunnel ansehen? Jo. Der führt zunächst nach wenigen Metern zur Kanalisation, wo es unglaublich stinkt. Aber mir könnte hier niemals durchgehen. Ein paar Ratten erkennen, die hier rumwuseln, wimmeln. Führt wohl in Richtung Westen, also raus zur Weststadt. Wirklich ausgebaut ist es nicht. Also wenn man den hier nicht kennt, könnt ihr euch das nochmal ansehen, wenn ihr da so ein bisschen reintretet. Und es ist so verschließbar, dass man das nicht als Tür zuordnen konnte. Man würde einfach gerade dann vorbeilaufen. Also nur wer da hier rauskommt aus dieser Richtung, oder wer es tatsächlich kennt, der kann dann eben die Folterkammer aufeinanderseite betreten. Ich schätze, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass irgendwelches Park hier hineinkommt. Zumindest nicht so schnell. Ich denke, die Leute haben anderes zu tun, als nach irgendwelchen versteckten Eingängen zu suchen. Karinor, wir verstehen uns, dass das Geheim bleibt, ja? Natürlich. Gut. Erst wenn es wieder rauskommt. Und gehen wir erstmal zurück, wir müssen immer noch die Schatzkammer finden. Nun, ich bin es nicht, der ständig all unsere Geheimnisse ausplaudert. Die Wahrheit ist ein hohes Gut, Karinor. Gehen wir! Euch meinte ich auch nicht. Geheimnis. Boaz. Man gehtse ich Punkte. Ich bin mir immer noch. Ich bin mir wünschen. copy.